ja hallo meine lieben freunde zu einem neuen projekt und zwar mein paar minispiele mit dem kai ja hallo wie justin schon gesagt hat spielen wir hier ein paar minispiele und zwar machen wir es jetzt länger das heißt guckt euch das an maxi hat ein popo im gesicht ok scheiße es geht schon los egal ja wie schon gesagt spielen wir hier ein paar minispiele und das heißt wir machen wir bringen hier von mehrere spiele mehrere videos raus wenn wir minecraft ender games minecraft halt alles mögliche alle möglichen mini games aus minecraft die es gibt trouble in terrorist town oder net trouble in mine will heißt es ja ich habe einfach gar nichts grad und hier hoffentlich wird euch das jetzt alles hier so gefallen und mit dabei ist auch der jan der jetzt gerade neben mir sitzt und johann stell dich doch mal vor ja hallo ich bin der jan und gucke heute kai und das dann beim tocken zu ich hoffe es gefällt euch ja das war jan was machst du so für hobbys fußball spielen fahrrad fahren und so weiter also alles interessant alles uninteressant interessant ist dieser kanal das hast du jetzt aber schön gesagt ach ja genau ich bin jäger das heißt ja ich meine ich habe das geht die jäger ausgewählt schoffen hinter mir ist es keiner ich hasse dieses spiel bei anderen und diese scheiß kisten verstehen wo spielst du es dann ich habe ich bin einfach gestorben mann du bist schon tot ja bist du schlecht ja okay helft mir einfach gerade beim zugucken was sagt er hat er denn jetzt und auch recht ist ein scharfen und und so vorbeeren wenn alle er diese plattform ist noch gar nicht weg und läuft denn hinterher und um ist ein Blödsinn vom Blatt und das Verblödet ist der Verblödet sie macht er macht ein Fenster und da was er geht er wird er mit dem Schwert schweizer der Freude wir sehen uns gleich wieder ich fliege um in der Luft bei einem Spiel namens voll dauernd und ja bis gleich so hier sind ja auch wieder ähm ich bin jetzt hier voll dauernd auf dem erfreut haben weil er dann ist es das nächste viele drin das geht schon zu schnell los also drücken wir jetzt voll dauernd hofft und die dritte neue wissen und soll dann machen wir erst mal jump and run um die zeit zu vertreiben und du bist direkt schon runtergefallen Euro als wäre ich pro und er hier direkt mal zu weit gesprungen so wer maf 2010 ok mit dem haben wir eben schon gespielt bei unserem test so und hatten auch gerade eben schon lachfläsch habt ihr mitbekommen weil jemand in den set geschrieben hat max hat ja ein popo im gesicht oder so irgendwas keine ahnung und jan hat direkt eine dachfläche gekriegt und er ist jetzt auf toilette und ist schon wieder da ich wollte gerade auf meinem thron sein auf deinem thron sein auf deinem thron sein ok war es gemütlich oh ja ich war am stehen gehen jetzt ne doch was denn ich keine weiteren details hast du ok ja ich scheiße mit zwei sekunden ne 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 man geht's überhaupt los es gibt so eine seite, die schreibe ich es gleich meine sachestreme euch in die beschreibung da kann man scheiße bewerten Das ist sauerartig und es geht los. Bei Falldown muss man hier, seht ihr gleich? Die Dinger sammeln. Also muss man hier in diese komischen Dinger reinfliegen. Seht ihr gleich, weil hier ist noch alles nix. Hier ist noch Wolken. Ist auch hier. Dann muss man hier rein, ups, hier reinfliegen, damit man unten, seht ihr es ja, damit man unten Items bekommt. Nur ich bin hier irgendwie zu blöd, um hier rein zu fliegen. Zu viel. Ich bekomme gar nichts mehr. Ah gut, okay. Sag mal, wenn ich Diamantssachen habe. Okay, jetzt siehst du es. 10 Pfeile und ein Bogen. Welche Zahl steht da unten? 70. 80. Was schreibt denn der jetzt hier rein, Leute? Behinder. 90. Streng dich an. 100. 100. 100. Sag, wenn ich mehr wie 100 habe. Du fliegst die ganze Zeit rein, ne? Aber du bekommst mit mir nix. Hast aber noch 100. 100. So, und jetzt sieht man hier auch schon die Map. Brennen dann. So, jetzt geht es los. Jetzt ziehe ich mir hier schon mal alles an. Und ich habe nur Scheißsachen. Hä, warum geht das jetzt nicht? Doch. Okay, wenigstens aber Diamantbogen. Äh, Diamantschwert. Diamantbogen. Warum? So, jetzt muss ich aber hier rein. Also gehe ich hier oben rein zum Verzaubern. Und es hängt alles bei mir. Wie immer. Und da oben ist noch ein... Was ist denn hier los? Okay, der ist draußen. Nein! Ich wollte die Kettenhose in und verzaubern. Dann kann man sich jetzt nixig zählen, du wohnen. Kacke. Ja, ist klar. Hast du noch Schuhe? Dir man Schuhe? Da habe ich keinen Brustpanzer. Ne, ich habe gar nichts. Doch, ich habe einen Brustpanzer. Aber nur Gott. Ich habe noch einen Heidek. Hä? Ich habe noch einen Heidek. Ja, okay. Der ist besser. Warum riechst du dir an der Achse? An deiner Achse? Keine Ahnung. Jan? Jan riecht an seinen Achselhaaren? Oder leckt die auch? Keine Ahnung. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Alter, hier ist direkt einer. Bist du tot? Ne. Aua gefasst. Der heißt auch Jan. Ehe. Ich fühle mich scherz. Aua! Aua! Du Sack. Du zielst mir jedes Mal den Kill. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Aua! Aua! Du kannst nicht. Du bist weg. Wo ist der denn? Der ist weggerannt. Ne, jetzt kommt er wieder. Der kommt wieder. Ich gehe hoch. Der kommt von hinten hinter dir. Jetzt kommt er ключschte Türe rein. Der hinter dir jetzt? Na, jetzt ist er hinter dir. Ja, hinter mir ist aber kein Eingang. So, der hat nur den Eingang gesucht. Jetzt ist er da. Der ist da! Ich weiß, das ist aber! Da ist so gut wie tot hier. Das war ja stimmt. Jetzt kann ich mit dem Bogen hier. Obwohl, mit dem Bogen spiele ich eigentlich nicht. Was ist die Bruder? Der von Schlafen. Da kommt einer! Der direkt in der Nähe der Päuße! Quirantigkeit. Weil so kommt er hier in der Tür, wenn ich hier mit dem Bogen. Der suchte, der kommt rein. Ja, der kommt rein. Ich soll das mal probieren. er geht hoch er geht so gut das ist eine Treppe an der Leitung wo bist du so dumm die Treppe sind da zwei oder nur einer sehr gut equipped Diamantbose, Brustpanzer Alter Scheiße, ich bleib hier stecken der kann mich anschlagen, aber ich den jetzt ist ja unfair, okay wir sehen uns dann wie schon gesagt gleich wieder bei einem Spiel Trouble in Minerule Jo, bis gleich so und hier sind wir auch in der letzten ja da hört sich schon Justin hier sind wir wieder in der letzten in dem letzten Minecraft Minigame und zwar Trouble in Terrorist Town ein Problem, meinen wir leider ja meine ich doch und ja, Jan hatte gerade in der während wir Pause gemacht haben was getrunken und dann musste er vor einmal lachen dann hat er sich die Hand vor den Mund gehalten und da sei das alles ausspuckt und auf einmal rotzt er sich irgendwie voll und ja er hat jetzt alles auf den Kleidern ist schön erfrischend ja, schön erfrischend Nasty auf den Kleidern zu haben auf jeden Fall Fleischwerbung Nasty und in vier Sekunden geht's los wie ist das? Nasty Pfirsich hier gibt's aber gar keinen Werbespruch ne, hier gibt's nie einen Werbespruch ach, das geht schon los schon ne, mit leckerem Pfirsichgeschmack ach ne und dem Guten des Tees was steht das denn? halt die erfrischende Hombination 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 was sind das? Kombination ah, das soll K sein pfff ist das eigentlich schon an? ich bin schon an scheiße ach, ich weiß du bist nass, ich weiß von deinem eigenen Sauer ich bin nosed und von deiner Potze justin schon lieber noch nie gegangen was solltest du und justin ist mal wieder kurz afk gewesen und bei mir spackt die ganze Zeit alles ja, mir auch ich bin hier auf so ner Brücke was bist du? äh, industrin ich auch buchstabier mal innocent rückwärts eeeh ähm nein nein, ich mein ich mein zurück äh rückwärts lesen schnell scheiße ahaha ok du bist traitor du Sau ihre Ruhe bist du... ah du bist du Sau alter was justin ist traitor, das heißt ich muss den umtreiben ich warte noch keine Ruhe äh, keine Angst keine Ruhe wer sind noch mit ihr Traitor? ich guck einfach auf Tab, weil da siehst du das wer noch rot ist nein mich hat gerade jemand fast getötet da liegt gerade einer guck mal bitte bei Tab ja, das ist Joni wie? strong Joni mein Gott das hast du strong Joni starker Joni ich hab kaum noch Leben ich hab kaum noch Leben die alle, ey ich frag mich gerade auch wo die alle sind da oben ist einer da oben ist einer was ist der aber nicht hier ist einer mehrere hier sind mehrere wo die alle sind die habe ich jetzt da gibt es irgendwas im Hals hier 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 ich versuche es strong Joni zu töten und der hat mich getötet ich halte mich getötet so dann würde ich mal sagen war es das ja ich hoffe euch hat das Video gefallen Jan hat noch was zu sagen ja also falls euch das Video gefällt lasst einen Daumen oben da danke so und Justin du hast das Schlusswort du war ein Scheiße ist das das Schlusswort ok und damit bedanke ich mich dass bedanke ich mich damit bedanke ich mich dass ihr das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal ciao adevideci